Wohi, geht Mitte? Was, was ist da? Was denn? Ich kann in die Mitte. Nein, 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 ich geh Mitte. Ich würd sogar Mitte bevorzugen. Nein, Twitch geht Mitte. Ja. Ja. Und ich geh top. Warte, lass mich Mitte? Mich verarschen, Alter. Nee, ich will Mitte. Ein Gang von Lee Sin und... Ich bin top. Wohi, ich geh Mitte. Du gehst jungle mit Korki. Ich bin Mitte. 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 Ich bin top oder was? Ja. Nee, du gehst jetzt top und ich geh in die Mitte. In Mitte auf Feed. Alter, warum hast du dir den scheiß Skin gekauft? Oh mein Gott, ich hab API-Sachen drin. Was find's denn? Ach so, meinst du den roten Baron hier? Ich geh in die Mitte oder was? Ja, genau den. Ich geh in die Mitte. Du bleibst unten. Oh mein Gott, ich hab API. Ich geh in die Mitte. Ich geh in die Mitte. Nein, bleib... Wir brauchen einen Tank. Wir haben zwei Alten-Carries. Wir brauchen einen Tank. Ja, ich... Ja, Hybrid-Tank. Boah. Alles falsch bei uns. Mach den zweiten Jungler. Weil ich skaliere 1 zu 1 mit W und meine Ulti. Ja, dann geh äh... Zweiter Jungler. Geh zweiter Jungler. Geh zweiter Jungler. Ach so gut. Nein, geh zweiter Jungler. Ist gut. Ja. Ja, ja. Ich fick einfach alle wen, so dann passt das. Ist das jetzt eigentlich der falsche Mike oder das ist der richtige Bug? Der richtige Bug? Hahaha. Das ist der falsche Mike. Der Bruder vom richtigen Bug. Hä? Und was ist denn der falsche Bug? Wir haben... Wir leben irgendwo in Amerika. Den müssen wir nur finden. Ja. Ach, mit den zockt ihr oder was? Nö. Also ich sag ja, den müssen wir nur finden. Ja, es gibt ja von jedem Doppelgänger. Ja. Der läuft irgendwo auf der Welt rum. Genau. Ach ja. Ach ja, mein Bruder hat einen auch Bug dran geldet. Meine Arbeit im Sushi-Laden. Weg. Gehen was? Ja, also... Das wird die Masteries von mir ist jetzt echt scheiße. Lol. Top hat falsche Masteries, Bot hat falsche Masteries. Falsche Pigs. Läuft ja. Mir läuft alles. Ist cool. Also ich hab euch nicht beschwert. Ja, ich auch nicht. 13 AD, also 13 AD ist genug für falsche Ruhe. Ey, ich mach jetzt krassen Schaden. Guck, 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 bist du das? Boah. Was passiv noch mal Auto ist? Mal Auto ist mit. Oh mein Gott, erst... Die macht erst ihre Grüße. Was ist das denn für eine? Mal weiter und... Was range, man? Heftliche Verlassen, die... Also ich dominiere die Kat. Wenn hier jetzt kein Gang kommt, dann... Töte ich sie gleich sogar noch. Kann dir nichts anhaben. Mit Maximum Auto-Attack, wenn du den Dingels ausweißt. War der Jungler unten oder wieso? Was war... Wir sind... Wir haben krasse Plays gemacht. Ach so. Wir haben Supporter gegen Dingels getauscht. Und deren Plays ist raus. Von dem Jungler. Äh, von dem... Von dem ADC. Ich komm zur Mitte, ich komm zur Mitte. Was, Sarah? Mach sie fertig, Tannen. Ja... Ich bin froh, dass ich den Lee Sin überlebt hab. Oh, der ließ den Dreh rum. Los! Piu, piu, piu! Und Gana ist weg. Also... Wahrscheinlich brauchen... Gib ihm doch! Wöh, Fatigue. Ich weiß. Wöh? Wurst. Hashtag Wurst. Ja, den Kill und dann die Last Hits abgreifen oder was? Willst du dich verarschen? Ein bisschen, ne? Wenn er gleich kommt, Alter, ich dann... Ja, okay. Okay. Weißt du, ich block hier. Ich muss back, Alter, ich bin voll low. Boi. Ja, machst du's? Ich... ich farme noch. Mach ich gleich ungesparen, geh rein. Mal schauen. Erstmal müssen wir auf die Dinge aufpassen. Warte, ich mach's wirklich fahr. Wir haben auch sowieso doppelt hier, also aufpassen, ne? Ich hab noch einen hier benutzt. Wann denn... wann das denn? Das hab ich gar nicht fühlen. Gesundheit. Besonders beim Rülpsen ist auch nicht schlecht. Ich hab genießt. Geht den doch! Geht doch drauf, ey! Ja, ich weiß genau. Ja... Keine Map-Awareness hier. Ey, ich bin drauf gegangen. Dann... Dann muss er halt zu essen. Es war zu großer... Minion-Haufen. Dann muss der Junk nochmal aufpassen. Er ist zu früh drauf gegangen. Hä? Er ist viel zu früh drauf gegangen. Ja, sein Passiv ist doch gepoppt. Er musste... Er hätte es ausmachen sollen. Das war schon der Fehler. Ja, nice. Hat das einer gesehen? Hat das einer von euch gesehen? Ne, mach's doch mal. Mach's doch mal. Ja, okay. Alter, was ist hier los? Oh mein Gott! Wie soll die Sinn? Bug. Kamer von uns oder was? Du bist eindeutig der coolere Bug. Ja, natürlich. Und der bessere. Ja, das sowieso. Ich denke dir, die kann mir was anhaben. Du bist ein bisschen so wie Bug in den Anfangszeiten, als er noch nicht so verdorben war von uns. Hm, du klingst auch genauso wie er. Wieso verdorben? Ja, er ist jetzt schon ein bisschen schlecht gelaunt, so oft. Ja, du brauchst nur noch ein paar Monate mit uns und dann bist du auch durch. Okay. Er ist auch so okay. Ja, jetzt lachst du noch. In so ein paar Wochen hast du nur noch schlechte Laune und flamest nur noch. Ja. Ja. Er ist auch schon vor allem. Ihr Bastarde! Boah, Digga. Wir gehen falsch. Ihr macht nicht mal schaden, die Bitch. Boah, okay. Alles zurück. Boah. F dich, Alter. Ich komm zur Mitte. Bist du schon 6? Ja, Mann. Ah! Ich hab Barry ja nicht mehr. Irgendwie, keine Ahnung. Bullshit. Hast du auch noch den Kill bekommen? Ist auf Scheiße, Mann. Hasse dieses Spiel. Kannst du das Spiel hassen? Ich hab Twitch seit dem Dingens noch nicht gespielt. Müsst du... Ich hab Twitch seit dem Dingens noch nicht gespielt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab gar nichts, ey. Fucking Masteries. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab gar nichts, ey. Fucking Masteries. Min-Mini-Made-Fonst. Du, gut. Du, gut. Was ist eine... Benim-Mini-Made-Fonst. Du, Gunt. Ja, dann geht einfach nur nach hinten. Das B jetzt. Hast du das? Ja, du sagst auch wenn du auftauchst. Da bin ich wieder. Hast du es auf Deutsch? Das Spiel jetzt auch auf Deutsch? Nein, habe ich nicht, aber ich habe mir das auf dem Stream mal angehört, als ich den Deutschen zugeguckt habe. Ah ja, weil es auch so viele deutsche Streamer gibt. Ich habe genug. Ja, ja, Affenklappe, ja, ja. Genau den. Affenklappe, der Huren. Im Botlane zu holen. Das war gut, Mann. Der zeigt mir, wie ich besser werde im Ranked. Das stimmt nicht. Besser werden im Ranked sagt dir, wie man besser wird im Ranked. Nein, sein Name ist eine tolle Verarsche. Ich wollte mein Geld zurückhaben, dann gebe ich mein Geld nicht zurück. Weil du nicht besser geworden bist im Ranked? Genau. Ich habe die Fotos gezeigt. Du kriegst auch Geld zurück. Besser werden im Ranked. Hey, der Typ ist voll cool, er macht volle guten Videos. Ja? Also, ich habe dem eine Zeit lang gerne zugeschaut. Auch die Videos. So, die Upli-Buff, oh, ne, das ist voll genial. Good job. Und wir haben deren Flash raus und deren Heels. Von denen ist alles raus. Ey, ich habe wieder zwei Mittel. Komm, drang, 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 drang. Hast du schon? Ey, der steht so nah dran, ey. Ich kann nicht mal... Oh? Äh, Kat fehlen, ne? Get her day. Get her day. Die, die, die ist aber schon eine Weile. Da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Und Flay! Oh, fuck! Lell, er hat doch geflasht. Drauf, 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 drauf! Drauf! Ey, hook ein! Ich habe keinen Mana, Mann. Hook doch! Fick dich, Mann! Wir bringen dir nämlich jetzt tot! Wie wickt er? Wieso sollt' ich? Lucha ist schwach. Weil du fertig gemacht wirst. Wieso sollt' ich? Du wurdest fertig gemacht. Du hast mehr Leben verloren als er. Ja. Aber nicht durch ihn, durch Morgana habe ich viel verloren. Verlieb' nach. Will ihr das, oder was? Wir gewinnen das, glaube ich. Steht 13,4. Ja, warum gewinnt man heutzutage nur durch Trollpick? Das ist echt behindert. Ja, schnell pushen, Ben. Ich meine, wir haben... Ich meine, wir haben das... Wir haben das AP, AP Japan, wir haben den Kotlin. Hybrid! Hybrid! APTOP wäre ja richtig Trollpick, aber er ist hybrid. Stimmt, das ist irgendwie so ein Guinness-Welt-Blade, das macht das Hybrid auch. Das gute alte Guinness-Welt-Blade, bestes Item, du spielst. Ja, 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 ja. Digger! Nimm noch! Oh, die ist farbgefuckt, man. Ich baue mich einmal und ich baue und die ist tode, ey. Ich komme, bitte. Jo, ich werde Handel sagen. Hi. Kannst mir helfen? Ups. Ich habe da wehen. Ja, passt. Musst ja auch fassen. Aua. Cutout hat aber auch schlechte Chancen gegen mich in der Mitte. So an sich. Boah, das ist nicht schlecht, ey. Und ein Top-Yi ist auch bullshit. Schlecht, ey. Tja. Und Blue-Koch-Key? Natürlich, sag ich doch nicht nein. Das Geist, der Warwick schreibt nixmal, weißt du? Nixmal. Twitter auch nicht. Wahrscheinlich weißt du gar nichts Bescheid, aber die Masteries, Roon, Pix und so'n Scheiß. Bild. Ich habe Blue-Buff. Schaffst du es? Oder soll ich beit? Nein, nein. Rentsch und Schubb-Schubb. Siehst du, das noch alles gibt, ja? Aber dafür schippt unser Ding ins. Schatz mal auf den. Oh, wie geil. Das Game ist einfach zu gut, ey. Äh, fällt zu gut. Das ist die Brick-Bock schon, irgendwie. Ja. Mit Lane-Koch hier auch. Ist cool, ist cool. Aber unten, Tor-Down, scheiße. Äh, Elvigity-Down. Der Wuren soll, Mann. Den mache ich jetzt fertig. Ich werde nicht nur seine Frau gangbangen, jetzt werde ich ihnen eine zusätzlich gangbangen. Ja, okay, ich bin dabei. Sandwichen. Ich mache seine Freundin zu einer Klo-Schüssel. Komm, 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 komm. Huck ihn, er ist da noch drin, er ist da noch drin. Huck ihn! Was war das? Jetzt! Jetzt! Huck ihn doch! Ja, ganz ruhig, Mensch. Ey, da kommen zwei. Die ist irgendwo. Mit die Delfen, oder was? Mit die Delfen, mit die Delfen. Meins. Mit die Delfen. Meins. Mit die Delfen. Warum seid, warum, warum seid ihr jetzt alle hier unten? Mit die Delfen. Ja, ich, weil ich den Kill hole. Unten ist meine Lane. Los, hält mir doch! Oh, ey, du Spacko! Ich komme, bitte. Ich auch. Spring! Oh, sie wird gegang-bangt. Warte! Oh! Nimm! Ouch! Oh, was macht der denn hier? Den will ich! Oh, der killt mich. Leute! Du bist so schlecht. Ja! Ich muss auch aufpassen auf meine Figur. Ich dachte, ich sterbe. Mein Schild. Ist zu strong. Ja, mach ein Exekcue. BAM! Jo, ich muss nicht, dass Rage ist, ne? Mein Schild ist zu powerful. Ranks have. Jo, ich komme direkt. Und bei drei waren unten. Papa, la, papp, die Königs. 2,30. Ja, schaffst du, lock auf sein. Ruhig. Okay, Lili ist noch beim Dings. Er benutzt, glaube ich, Smite beim Dings. Einfach. Hat er nicht benutzt. Aber kommt. Ich komme mit nach unten. Obwohl. Ich gehe in die Mitte, da gibt es einen Kill. Ah! Haben wir den bekommen? Ja, gut. Oh. Süß. Süß. Rennen die, eh? Leute, wollt ihr ihm nicht helfen? Okay. Oh, ja, 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 ja. Ja, äh. Lol. Ihr lasst ihn ja versterben. Du, ganz, ganz, ganz. Ich gehe rein. Ich gehe rein. Nein! Du bleib-w-transfert. Was ist denn das für Lappen? Was ist denn das für Lappen? Was ist denn der Monster, oder was? Muss ich ja schon, so wie die hier, gegen Midlane Korki und AP, Hybrid, sorry, Hybrid Pantheon spielen. Ich wollte schon sagen. Raid, Raid Pantheon. Wer getoppt jetzt? Ich schaue mal eben. Ich gehe top, ich gehe top, ich hole sie. Na gut. Äh. Rapp auf, einfach. Danke, bitte. Ja, Platin, 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 Gold, Gold. What? Ja, also. Ich krieg den... Platin ist wohl auch nichts mehr wert, ey. Letztes Game gegen drei Diamonds und jetzt gegen drei Platins. Ist klar. Letztes Game sogar fast ein Vier gegen Fünf eigentlich schon. Ja. Ah. Ein Yi kommt von Dings. Ja und? Müsst ihr jetzt Angst vor denen haben, oder was? Weiß ich nicht. Ja, wir machen ein... Ein... Ein Haierkiri auf den Yi. Warte kurz. Drei Sekunden bis... Ha, ha. Haltet doch! Oh, nein! Nein! Oh, fuck. Was mache ich denn hier? Ich habe alles so kackt. Ja, nimm halt nicht! Nicht gesehen, ja. Das war direkt auf dich. Ja, da... Loll, der ist geflasht. Ihr könnt noch ein bisschen an der Synergy arbeiten. Ja, Synergy? Wenn er meine Laterne nicht zieht. Ja, sag doch was davor. Ja, ihr könnt es doch besser achten. Das ist doch normal, dass das einer... Ein... Hey, das Cut, das Cut, das Cut, das Cut, das Cut. Los, 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 los. Weiter, 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 weiter! Und! Boom! Schnapp ihn dir! Du, ich schlau sogar! Pack ihn! Ohoho! Ich schlau sogar mit meiner Ulti, ist das geil. Was? Ich schlau sogar mit meiner Ulti. Ey, da, da! Schnapp ihn dir. Oh, schade. Er wusste, was ich mache. Echt? Wenn ein Thresh auf einen zukommt, weiß man meistens, was er vorhat. Er greppt ihn, aber er wusste, dass ich in seine Laufrichtung greppe, so wie ich es eigentlich immer mache. Aber das letzte Mal ist er immer in Laufrichtung gelaufen, als ich es nicht gemacht hatte. Okay. Was? So ist das also. Ja, ja. Die wollten mich austricksen. Wollen wir verhalten? Wir lassen den Korki exposed. Ach. Ich kann nachkommen, ey. Wenn du jetzt den Watt schmeißt, rät mich um und grab ihn, wenn er nicht fliegt. Ah, schade. Komm. Rein. Pantheon. Nein, Pantheon ist weg. Ja, trotzdem. Komm, vier gegen fünf. Komm, 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 komm. Doch. Das ist doof, das ist doof. Das ist jetzt nicht thrown. Das steht 33 zu 9. Ja, und? Selbst wenn wir zweimal geacet werden. Dann werden wir doch nur einmal geacet werden. Nein. Siehst du? Wow, what throwst du so? Ja, du musst gestalten, Alter. Ja, GG. Die Katharina macht zu krassen Schaden. Die ist gefeadet. Hoh? Ach, der Y-Kamm von hinten. Ich komme. Ja, der Y-A's euch jetzt. Alter! Den Scheiß macht der. Der AP-Pantheon zerstört schon. Go, go. Bring ihn an. Ja, flashen musst du auch nicht. Worth it. Magic resist. Wo ist mein Magic resist? Da ist mein Magic resist. Ah, scheiße. Ich habe nicht genug Geld, um... ... schnelle Boots zu kaufen. ... schnelle Boots zu kaufen. Grapp ihn, grapp ihn! Zieh, zieh! Was? Oh! Das haben wir nicht so richtig... Also, wie und so auf, ne? Die sind schnell in der Mitte. Incoming. Easy. Pass auf, na, die kommen da jetzt alle. Aaaaaah! Warum throwst du? Hä, ich habe den... Wie geht man die? ... den Carry getötet. Ist okay. Ja, aber... Das ist kein Carry. Ich darf nicht B gehen, deswegen. Ey, die Cut macht aber echt viel Schaden. Die hatten Meid, also ein 6-6. 6-6? Das ist gar nichts. Ich habe den 24-7. Ey, sollen wir die töten? Jo, lass mal. Warte auf mich, ey. Wir sind jetzt mit zwei Zeug. Mit Dragonrads. Ich komme. Franks ab, ey. Ja, mach den mal. Ich brauche das Gold. Okay, jetzt ist mein Geld noch. Oh, wie ich Fokus in G. Hey, ich hole mir erst mal die Buffs. Das Gute ist, dass alle meine Skills keine Slows sind, sondern richtige CCs. Das bringt Ys Geschwindigkeit auch nicht. Slow bist du denn? Ist doch so. Denn E ist ein Slow und denn ULT ist auch ein Slow. Ja, meine Ulti, aber mein Q, mein Weh nicht. Mein E und mein Q nicht. Denn E ist ein Slow. Denn E ist Slow du. Der Slowt zusätzlich, aber mein E ist auch ein Knock-Eback, beziehungsweise ein Knock-Up. Ja, also ist es ja. Ja, was? Es ist immerhin. Na, ja. Na, ja, 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 ja. Okay, es muss los sein. Komm. Was? Jetzt, fallst du jetzt rein. Was? Was geht dir, Bruderhofstuholen? Das war knapp. Ich hab's gesehen. Aua, ey. Das war echt knapp, ey. Ich musste flashen, sonst wäre ich gestorben. Das war echt, das war der E-Day, der gerade fast zerstört hat. Meine Ultima hat so geschehen, aber. Äh, Günso Pantheon. Didi, ey. Kann David noch von lernen? Wofür? Von Hybrid Pantheon. Mit Günso's. Ah, ich kann nicht ran springen, weil ich es dann war. Schön saftig mit Günso's. Ja, und die One-Head-Ulti kommt dann oder was? Ja. Oh shit. Ja. Gib dir Stacks, gib dir Stacks. Wir werfen, wir werfen. Ich, 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 ich geh drüber. Oh Leute, wie sie es nicht bemerken, Alter. Wofür der Letztisch ist? Stun ihn! Nee, kann ich nicht. Warte, warte. Jetzt hättest du noch schießen können. Hättest du vielleicht wegbursen können. Ja, wir wurden geelst. Wir sind geelst. Wir konnten, wir konnten, wir konnten eigentlich den Nexus weghauen, aber wir haben es nicht gemacht. Haben wir nicht? Nö, ich bin extra zurückgerannt. Ich bin auch zurückgerannt. Extra? Ja, wir konnten den machen. Oh, die machen Barron. Ja, sollen sie. Einfach mal kein Jungler. Ah. Ist das hoch? Noch nicht? Nein. Nein. Egal, ich, ich, äh, ich bin jetzt krass. Ich bin jetzt krass. Egal, ey, 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 ey. Töten. Töten nie. Nice. Töten Lucien. Lucien. Ich kann nicht flashen. Ja, weil du gesnared warst. Ja, aber Ewigkeiten. Ja, drei Sekunden hält der Snail. Ja, das war keine drei Sekunden, das waren fünf Jahre. Guck, guck. Zehn Jahre. Guck, guck. Guck. Guckst du nicht. Das schaff ich. Boah, komm, wie scheiße ich mache. Joachim. Guck, guck jetzt das Pantheon. Oh, man. Hä? Was? Ist ja hier geflasht und ihm... gehört er quatscht. Ah, der krass. Gut, guck. Oh je, schock mich ab. Hi, pick meeeet! Wieso heals du willst? Ja, dann wie schnell er sind. Ja, okay. Schnapp ihn dir! Ja, wurde er überrascht. Ich hätte Angst gehabt. GG World Cup, würde ich sagen. Alle weg. Töten sie! Ja, wo ist Bender das? Nein! Wo ist es? GG.